Gepflegte Anwesen in direkter Nachbarschaft zu Apotheke, Bank und Sparkasse, Rathaus, Kindergarten und Friseuren. Im Gebäude befindet sich ein an die Deutsche Post vermietetes Ladengeschäft. Eine gut besuchte, jahrzehntelang eingeführte Gaststätte mit Biergarten und Nebenzimmer. Ein separater Raucherbereich ist selbstverständlich auch vorhanden. Das Nebenzimmer wird gerne für Festivitäten und Veranstaltungen genutzt. Eine Leinwand mit Beamer und Audioanlage machen diesen gemütlichen Raum multifunktional. Das Gästeapartment für zwei Personen ergänzt das gastronomische Angebot. Hier sehen Sie die voll ausgestattete Küche. Die Wohnung im Erdgeschoss mit Eckbadewanne, Whirlpool und Dusche. Das ist eine kleine Acheer. Ein engeliger Acheer. Das ist eine kleine Acheer. Die Wohnung im Erdgeschoss mit Anwesen in der Schweiz. Das ist eine kleine Acheer. Wenn Sie die Möge zurückkommen, müssen Sie das angekommen. Deine meinem Erdgeschoss mit Rundfunk. Wir sehen uns bis zummotheren Sieg. anie ist eine kleine Acheer. Die Möge zurückkellen können Siegeln. Siegeln und Siegeln. Das ist eine kleine Acheer. Siegeln und Siegeln. Wie weiterem. Insgesamt befinden sich in diesem gepflegten Komplex drei Wohnungen, eine Garage und Stellplätze in Freien.